Lüchen ihr Unfing und willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in Terrorist Town Heute wieder mit Chaos ohne Ende, heute ist dabei der Goro Hallo Wer auch immer, ich guck jetzt im Team-Sweek Der Dado ist dabei, die Müffelner an ist dabei Den kennst du nicht Dado ist dabei, nein ich bin nicht im Twitter-Shop, ich lese gerade vor Goro ist dabei Dado ist im Shop Halt die Schaub, die Gorge ist dabei, kommt, Putsche ist dabei Ich sag mal EY 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 E Ich gucke mal die Anne. Du bist die Anne. Anne, es ist Anne. Können wir jetzt jemanden töten? Da ist die Anne. Kapuze schießt wirklich auf mich. Dann ist es Kapuze. Dann ist es Kapuze. Brandgranate. Anne, das macht dich nicht gerade. Weil du warst es doch, oder? Du hast Grabs denn. Also der Detektiv hat mir gesagt, es ist McFly. Anne ist es, Leute. Die Detektiv sind beide nicht da. Ja, ich sag, Goro ist es. Es ist ein Hetzer. Crabs, 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 Crabs! Heil mich! Wollte grad sagen, wieso rufst du Crabs? Ja, der soll mich heilen, meine ich. Da holt ihr die Teufel von ihm und heilt mich. Ich brauch Heil und Crabs. Das war wohl nix. Goro! Was ist los? Was ist das denn? Grants, wenn du schießt, schieß ich auch. Wurfst du, dass es Goro ist? Nee, wenn ich schieß, bist du tot. Ja, guck doch mal, du hast nicht mehr viel. Ich überlebe, dass ich trink gleich nen Juggernaut. Hier, Goro. Ja, warte, warte, warte. Wollen wir uns aber fair haben? Ich glaube, es ist echt Goro, weil er hat grad die Traitorfalle neben mir gemacht. Was für ne Traitorfalle? Knall ihn ab, ich lenke ihn mit dieser Büste hier ab. Die hat er selbst. Die hat er selbst. Warte, Goro. Guck dir die an. Halt still und guck sie dir ganz genau an. Wie komm ich denn, Goro? Ich war die ganze Zeit gemutet und du hab's nicht gemerkt. Ja, und ich weiß, Goro. Ich hatte ein Medikin gekauft, Mann. Ah, nee, es ist... Hey! Dann ist es Goro. Ey, ich bin gleich tot, Grenz. Ist doch nur noch einer. Knall ihn ab. Ich kann nicht, ich hab nur ne Diebel. Ich hab nur ne Diebel. Sauber, Julia. Du musst auch identifizieren, Julia. Ey! Julia, ist es Crips! Was? Was ist denn los mit euch? Ah! Was ist los mit euch? Gute Arbeit, Julia. Was ist los mit mir? Was ist los mit euch? Ich dachte, Anne wär's. Oh, wie geil! Ich dachte, Goro war... Ich dachte, Goro war... Das ist doch gut! Na, du, das war's! Ja, Alter, war ich nicht so total! Hätt' ich ne bessere Waffe gehabt, als die scheiß Akimbo-Dreckspistolen... Akimbo! Hätt' ich dich auch echt erschossen, ey. Da hab' ich grade Early gefunden, wie er die Liste rund vergeht. Alle haben doch gedacht, dass es Anne ist, oder? Ja! Aber Anne war's nicht! Das ist... Aber Anne war's ja auch. War's nicht! War's nicht! War's nicht! Klar, Anne, du warst mehr Traitor als alle anderen. Ich denk' mir, das ist doch scheiße! Grants hat mich gesehen! Weg, 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 weg! Jetzt bin ich Detective, auf jeden Fall! Ja, 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 ja! Uah! Was willst du, ey? Oh, er erschreckt mich! Ich weiß, was ist los! Ich weiß, was ist es! Ich weiß, was ist es! Wuh! Es ist McFly! Es ist McFly! Es ist McFly! Oh, gar nicht! Oh! Biste! Komm doch rein! Komm doch rein! Komm doch rein! Komm hier! Oh! Oh! Was ist es? Ist das ne Leiche? Ich hab McFly mitgeweisen! Ich hab McFly erschossen! Das McFly ist Leiche! Das McFly ist Leiche! Das McFly ist Leiche! Das McFly ist Leiche! Der war mein großer Abenteurer, bis ich ihn ins Kriege schossen hab! So, da kannst du nachgucken, wer es war! Dadoo ist safe, Leute! Hallo! Hallo! Mist! Opa! Hallo! Hallo! Kaput! Wo bist du denn? Hey! 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 Sag mal! Was soll das? Wer war das? Das war das! Das war das! Das ist aber frech! Jetzt hier mit dem Friendship Beamer! Oh, Alter! Dadoo, siehst du den? Siehst du den gestanden? Ich glaub, wir sind nochmal reingelaufen! Friendship over! Ich hab grad gesehen, wer ihn gezündet hat! Da ist er! Nee, das ist Botscha! Wo ist Early? Aber der war doch richtig schlecht geschossen, oder? Eben! Das war Early! Ja, klar! Keiner dran gestorben! Das ist eigentlich eindeutig! Wo ist Dadoo? Ich glaube nicht! Das Bild! Hey! Das ist schon der Pizze, der Kapuze! Brech hier ein, Herr Wachtmeister! Hallo, was machen Sie denn? Oh, oh! Oh, oh! Ich mach hier mein Auto sauber! Ha, Boster hat sie alle überschackt! Nur für wir, komm ich da nicht rein? Machen Sie Platz! Der war dahinter ist ein Mörder! Machen Sie den Mörder! Die Boxer hat einen Held geschmissen! Die Boxer hat einen Held geschmissen! Passt auf da! Ich bin im Orville Office! Du fährst gleich die Verteidigungsministerin, ja? Ich hab ihn! Und... Ey! Gehen Sie weg von meinem Büro! Ich muss Pipi! Eine Stücke Uhr haben Sie hier! Eine Stücke Uhr haben Sie hier! Eine Stücke Uhr haben Sie hier! Kapuze! Ich hab's gesehen! Kapuze war ja eh... Er hat ne Granate geworfen! Ich hab keine Granate geworfen! Ich hab keine Granate geworfen! Ich hab keine Granate geworfen! Der hat sich ja eh schon verraten! Das war nur ein Schuss! Wenn da eine Leiche ist, ist es da! Dann geht's raus! Das war nur ein Schuss! Ah, ist einer tot! Das war nur ein Schuss! Wenn da jemand tot ist, ist es da! Da kommt Julia! Hey! Holy Holy! Du heiligest! Au! 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 Alter, Kapuze ist da draußen! Bin safe! Ja, und wir brennen jetzt wegen dir! Sorry, das Feuer hat mich getroffen! Leute, beschützt mich kurz! Es heißt... Julia, beschützt mich kurz! Beim Shoppen! Anne ist tot! Danke! Da! 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 Nein! Julia ist safe! Ich glaube es ist kapuze! Da! 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 Ich snipe ja die ganze Zeit schon! Ja! Polizei! Gucken sie mal! Hallo! Kommen sie mal runter vom Aura! Gucken sie mal! Warte! Mörder hier! Was ist mit dem hier? Ja guck doch mal was für Zeit ist kapuze! Nein! Es ist zu sterben, Alter! Ja! Jetzt bist du alleine mit uns! Das wär so geil, wenn ich... Dadosch, du warst doch der Einzige bei ihm! Ich hab dich mit ihm zurückgelassen! Du Mörder! Wo ist Dadosch? Wo ist der Detective? Ihr tot! Wo war der Detective? Wir haben noch Anne! Oh nein! Wir sind verloren! Anne ist schon lange tot! Wir sind verloren! Kapuze, hau ab! Hau ab! Ein Traitor ist gerade im Traitor-Raum gestorben! Am Bobo ist Faden! Und ich würd ja nicht sagen, dass es Early Bob war, der sich am Anfang eh verraten hat, als er die Leiche aufgehangen hat! Ich geh doch schon! Und Kapuze hat... Ich stelle es rum! Ist ja nice! Und Kapuze ist ja sein Kollege! Weil er ihn in den Schutz nehmen wollte! Stimmt! Hier ist der Pusse! Ich hab nicht mal die Hilfe! Ich hab mal ihn ab! Oh! Daneben! Der Erste ging daneben! Ich hab doch noch nicht mal irgendwas gemacht! Ah! Das ist nicht gut für dich! Du warst mit Goro alleine und du bist fast tot! Oh! Oh! Er hat sich gewehrt! Er hat sich gewehrt! Und du hast nicht gesehen von wem! Nein! Er kam genau da raus, wo grad der gute... Da ist Kapuze! Da ist er! Nehm dir! Und wo ist der DNA Scanner? Damit man dich nicht sieht, Dadosch? Was? Du hast den DNA Scanner! Nein, hab ich nicht! Eben anderen noch? Aber du schaffst es eh nicht! Du hast viel zu wenig HP! Wird der... Wird doch grad geschossen! Schieß noch einmal in meine Richtung und ich knall dich ab! Ach, jetzt sind ja noch zwei! Ich hab's gesagt! Er hat in meine Richtung geschossen! Warum? Er hat in meine Richtung geschossen! Aber Dalu kann's nicht sein, weil er hat earlier verraten! Oh! Wenn er da nicht versuchen soll, ey! Der Deal hantiert man nicht! Also denn umso höher ist jetzt der Verdacht auf Kapuze! Umso höher ist jetzt die Chance auf Kapuze! Kam von Kapuze nicht grad ein so nettes So? Ich hab nicht mal so gesagt! Kapuze hat aus dem Rettbewerb! Jetzt hat er so gesagt! Ich hab's gehört! Jaja, Kapuze hat Eisley erschossen! Weil er am Anfang ja Early in Schutz genommen hat, weil er eh der andere will! Ich hab nicht mal irgendwas gehört, dass er was gemacht hat! Da ist er wieder! Also langsam... Äh, schieß! Er war's doch auch! Er hat doch grad Eisley umgebracht! Achso! Kapuze! Ich hab auch nicht gekült! Ich hab auch nicht... Ich hab nicht mal gewusst, dass er alle was gemacht hat! Warum soll ich ihm einen Schutz nehmen? Warum hast du mir den wiederbelebt? Nein, Early Boy hatte die Leiche angehangen! Dann hab ich gelogen und hab gesagt... Und dann hab ich gelogen, dass nur Trailer die anhängen können! Und dann hast du gesagt... Ach, das ist doch Quatsch! Nein, hab ich nicht! War total für wir! Ja, ja... Das ging doch eben! Ja, ich war total so... Hä, was war denn jetzt los? Dann sag ich, den haben wir nur verarscht! Ja, Kleine, du bist ein bisschen schräg gelaufen! Darum um die Kurve, deswegen wusste ich das Wort! Bei Early hab ich gehört, dass die Leiche im Tradershop... äh, im Trader... Raum gelandet ist! Man, so eine Scheiße! Und dass er seine Tastatur zerstört! Das ist, wenn du's mit der Taube auf die Detektive schmeißt, dann kommt natürlich auch das Fade! Wir kaufen jetzt auch den Fade! Ja... Direkt erstmal gönnen! Direkt... Oh Gott! Direkt... Oh Gott! Jetzt provoziere ich wen, damit er schießt! Irgendwo hier also? Ist das hier oben oder? Ja, irgendwo hier ist jemand gestorben! Oben glaube ich! Ja, das ist mein Büro! Ich bin aber noch oben! Und? Hier ist Blut! Hier ist Blut! Ja, bitte! Da... Hier ist meine Bildungsammlung! Wart mal, Goro! 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 Er muss denn, der kann fade! Hat Early grad ein Messer in der Hand? Ja! Der Treader hat ihn grad getroppt! Ja! Halt! Ich wollte... Kann das einer confirm? Nein! Was?! Das Ding lag genau hier auf dem Boden! Soll ich den abschießen? Wer hat das Messer? Also das ist eindeutig ein Zeichen für den Treader! Kapuze? So Eisley lebt wieder! Ich wusste nicht, sie ab von einer Leiche! Eisley ist definitiv innocent! Ich, äh, Eisley abschießen! Kapuze ist ganz suspekt! Ich wusste nicht, dass er... Kann einer die Leiche da rausholen? Jaja.. Von euch beiden! Dadurch... Dadurch kannst du mal die Leiche rausholen, wenn du die detektest! Achso, ja, ok, 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 ok! Können wir mal die Leiche rausholen! Ich wollt mich gerade als Traitor... Ich glaub ich... Ah, ne geht! Wunderbar! Was machen wir hier unten? Wäre nicht die Glück für den Early! Dankeschön! Da hinten liegt der Name! Dann schießen mich die Traitor vielleicht nie ab! Aber haha, die anderen! Du hast ihn gekillt? Ja! Ah, ok! Also doch nicht Early, oder was? Wie, doch nicht Early! Ne, ich hab ihn getötet! Weil Early sagte doch, er hat ihn gekillt! Eisley hat ein Messer! Heeeey! Alles falsch! Alter! Seid ihr Winter! Wir haben noch 13 HP! Wenn du die DNA von mir haben willst, stirb... Eben, ey! Nimm die DNA von mir und stirb! Jetzt kaputt? Warte, ich kann doch nicht als Detective rumlaufen, was wenn der wirklich Traitor wäre. Dann hätte er das perfekte Ali wie gerade gehabt. Das ist mega, das war mega dumm. Aber dadurch hört sich auch nicht. Ich hab dich sogar noch gewarnt. Nimm dich in den Arm von mir und spiel. Pinguine sind auch gefallen. Ich glaube da Gogo ist es. Jemand ist in den Keller gegangen. Ich glaube Gogo ist es. Ich bin schon bei dir jede Runde. Wettmichste auch? Weiß ich schon. Ja ich weiß es schon. Gib den da rein in den Sack. Da kuscheln die beiden. Da wird zu. Warte, ich kann noch Feuer legen. Und jetzt weg! Dadusch, warum hast du Grants eigentlich getötet? Hey, 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 hey! Wer, wer ist sein Namen? Julia hat er ges... Hab sie, hab sie, hab sie, hab sie. Oh shit! Boah! Wer lebt denn jetzt noch? Kapuze? Hallo? Hallo! Krabs? Ja, bitte? Sinds du noch... dann bist du's, oder? Ist Dalu und McFly tot? Keine Ahnung. Dalu, McFly? Keine Rolle, ob ich noch lebe. Ich bin Detective. Ja genau, das wollte ich ja gerade wissen. Ah! Grobo ist es. Jetzt hab ich alle confirmed. Grobo ist es. Wo ist er? Lauf! Dalu, vertrau mir. Nur ein einziges Mal. Es ist Grobo-Boy. Komm, 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 komm! Sag mir weh, wenn's wo der ist. Sag mir weh, wenn's wo der ist. Komm, 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 komm! Gib Gas, gib Gas, gib Gas! Gib Gas, gib Gas! Woah! Ich, ich... Ohhhh! Nein! 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 Fuck! Oh! 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 Boah, Alter, wie schnell ich das Ding kaufen musste im Shop früher, wusste ich wo das war. Ich finde auch den Fade nicht mehr. Boah, war das knapp. Ich... Mein Puls auf 180, ey. Oh, du Gass. Der war so, hä, warum fällt der jetzt auf? Bist du grad auf den Fade gestorben geholt? Deswegen hat Dalu sich gillen lassen, Alter. Nice, richtig gut. Nicht schlecht, oder? Weil ich wusste ja... Der hat mich schon gewundert, ey, der hat mich zurückgeschossen, der hat mich verarscht, ey. Man wusste ja, dass Crash bestimmt irgendwo sitzt und dann überlebt und dann hätte ich ihn gewonnen. Healthy steht bei mir einfach nur... ...nobility. Ich bin... Ich bin's, Buster. Echt? Wenn ich hier rübergehe, steht nur Healthy and Ability. Mehr entsteht da nicht. Ähm... Hier, was soll ich sagen? Ah ja, Early, du warst noch nicht hundertprozentig confirmed inno, da kannst du nicht als Detective rumlaufen, das ist einfach zu viel wert, ey. Ja, ich hab noch keine Detective-Verschneidung. Du bist der Detective, ich muss anmelden. Nicht, dass hier jemand denkt, ich bin... Was, müssen wir anmelden? Nein, weil ich keinen Namen hab, hat Crash. Ja, hier war gerade noch jemand, der keinen Namen hat. Sollen wir zuerst Goro? Ähm... Wow, wow, Dado, 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 hier wieder Nessie! Hä? Zuerst Goro, leider. Was denn? Du willst ja auf mich schießen, oder? Du willst doch auf mich schießen, oder? Ne, ich überlasse das Crash. Da ist ein Feuer hinter mir. Wenn ich tot bin, ist die Star-Locard. Hallo? Du rennst doch auf mich zu, wie ein besenkte Sau. Wie ein mit der Ecke und Garn. Ne, wir wissen nicht. Ne, wir sind nicht. Ne, wir sind nicht. Wie ist die Leut, die Ate? Ah, schon, dass das Feuer nicht mehr an ist. Ah, ein Klöck für mich. Die Ente. Das ist das einzig in der bösen Dinge. Hey! Grabs! 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 Warum hast du so wenig HP? Ich hab mich grad jemand angeschossen, dadurch danach... Wo? Wo liegt das? Wo liegt das? Super! Polizei Gewalt Obers! Taserino! Machst du eigentlich einen Taser her? Ich hab keinen Taser. Das sieht aus wie ein Taser, du hast. Das ist so eine Glocke. Jetzt ist natürlich der Traitor, der mich angeschossen ist jetzt natürlich weg. Das hat wirklich gut gemacht. Ich meine, Dardosch hat Grabs angeschossen oder Grabs hat sich mit irgendwem... Ich hab Angst, es hat die Taube gezogen. Oder Dardosch. Hä? War hier nicht eben einer? Oder Early, weil er ziemlich viel mit Bullshit labert. Da ist so ein... Oh mein Gott. Oh, das sind wirklich zu viele. Goro! Ja. Hä? Warte, war das wirklich Goro? Nein, das war Dardosch, ne? Du brauchst dich eh nicht hinzuschieben. Wir sind so viele Bullen, ey. Wir machen dich fertig. Scheiße, das war Dardosch. Komm, geh doch mal da rein, Dardosch. Was? Richtig stimmt immer noch nicht hin. Oh! Da droppt er was! Early Boy, ich bin der Goro-Boy. Hallo, ich bin der Goro-Boy. Hallo, ich bin der Goro-Boy. Ich bin der Goro-Boy. So, Jones ist ja confirmed, oder? Schon wieder, ja? Ich nicht. Ja, immer wenn du Trainer bist, bist du confirmed, ja. Okay. Find ich gut. Team Slash. Find ich gut. Was machst du, Anne? Das sind ziemlich verdächtige Dinge, ne? Ja, die Quelle macht für mich. Versuch's. Ja, ich kann dir eine zeigen, ey. Nein, nein, nein. Soll ich dir mal eine echte Waffe zeigen? Kaufte doch eine, du hast auch noch ein paar Credits. Hey! Was war das? Da hat die Bombe gedroppt. Echt? Echt? Ja, ja. Krats, 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 Krats! Was macht der da? Ey, Alter, es ist gerade jemand in Traitor-Raum gegangen. Ich hab's gerade schon mal gesagt. Ja, 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 ja. Mein Kollege. Krats hat noch weniger HP als Taps. Gibt's nen Traitor? Ja, sag an. Das war das Tasern. Ich hab ne Leiche gefunden. Komm, wir haben die Tankless. Der Scrap ist im Abschluss frei, oder nicht? Die Tankless. Warum sollte er denn jetzt frei sein? Er wurde doch angeschossen. Ich wurde angeschossen. Ich hab mit dem Traitor bisschen Traitor-Raum verfolgt. Und jetzt bin ich verweigst. Das ist aber an sich wo. Das heißt, der Verlust ist noch gewesen. Ah, doch. Da bin ich geschossen. Aber es sieht nicht nach einer Bombe aus. Aber es steht noch. Dalu, wie viel Ausgehen gibt's vom Traitor-Raum? Ich war leider selber in diesem Traitor-Raum noch nie drin. Es gibt, glaub ich, nur den Ausgang in den Keller, oder? Ne, du kannst irgendwie wählen, wo du hinwirst. Hallo Dracula. Ich verstehe mal, ich geh in den Keller rein. Dracula, wenn ich bitte. Sorry. Ich glaube, es ist Maxi McFly. Der McFly ist hier der andere. Das müsste ich dem McFly sagen. McFly ist auf jeden Fall, weil wir reden schon seit zwei Stunden. Weil ich dachte gerade, ich hätte zweimal Anonymous gesehen. Dann ist es Maxi und Crab. Was? Und Anakin ist gerade aus dem Traitor-Raum gekommen. Wenn Maxi oder Crab das ist, sind es beide. Hier ist der Ausgang, ey. Der ist doch da in diesem Gang. Wenn Maxi und oder Crab das ist, sind es beide. Oh, oh, oh. Aber da unten geht es kacke, weil da unten nicht so groß, oder? Das macht die Map unnötig. Also ich glaube, ich habe mich verlaufen hier unten. Ich finde das damit nichts irgendwie unnötig. Ach, da ist unten. McFly hat gerade wieder einen gekauft. Genau. Wen hat er einen gekauft? Ja, lass ich nicht mehr auf. Autsch. Dadurch ist es auf jeden Fall. Alter, hat man sofort gesehen. Da, Anna hat es auch gekauft! Anne! Wer bist du? Anne ist es! Anne ist es! Anne! Du bist da in der Ecke stand und den hier war. Ne, das war einfach. Anne, kommt schon wieder ein! Hier, Anne! Verbrennt die Echse! Ich schieße jetzt mit der Shotgun gegen die Mikrowelle! Oh! Aber du wirst nicht mehr die Mikrowelle, ey! Capuzza hat ihn geköpft, ey! Ja, das war voll im Kuchen! Nie geköpft! Mit schönes Kämpfchen! Capuzza verliert Blut! Ach, echt? Also, meiner Meinung nach ist Cramps verdächtig, weil er neben der Trailerfalle die ganze Zeit schießt. Dann ist es Maxi aber auch! Wieso ich? Du kannst diesen Kasten da zum Beispiel explodieren. Wie kommt das denn von Cramps zu mir? Weil ihr eben die ganze Zeit zusammen rumgelaufen seid und ich hab euch geobachtet. Ihr wart die ganze Zeit allein. Du hättest die beste Chance gehabt, ihn abzuknallen. Ja, wenn ich aber kein Trailer bin, warum soll ich ihn abknallen? Vielleicht, weil ihr beide Trailer seid! Ja, das bin ich! Oh Gott, hier ist zu viel los! Anne ist hier im Angst! Das stinkt hier schon wieder so! Wisst ihr eigentlich was so schönes in dieser Runde, weil die so lange geht? Ich hör Goro's Stimme nicht! Ohhhh! Wer ist das hier? Wer hat grad die Tür zugemacht? Wer ist das? Nein, das bin ich! Goro ist doch ein Spanner! Nein, das ist ein Bug! Das ist von Anfang an der Stelle! Was ist hier los? Ich glaub es ist ein Geist! Die Scheibe muss besser! Na, ohne Beweise! Das find ich gut! Ich wusste gar nicht, dass es hier noch andere ist! Ich wusste gar nicht, dass es hier noch andere ist! Ah! Mick! Mickfly! Ich bin auch zwischen Anne und Darmusch! Maxi und Kraft! Maxi und Kraft! War das grad denn? Nein, nein, Maxi ist bei mir! Ich wollte grad sagen, denn hat jemand meine Identität geklaut! Ja, das kann sein! Oder Dalu lebt noch ein paar Arschlüsse! Das kann natürlich auch gut sein! Das ist auch ne sehr, sehr... Ja! Mickfly läuft von mir an, ne? Ja, Mickfly ist von mir an! Ja, Mickfly ist von mir an! Kann ich schießen? Wusste ich doch! Hier ist Mickfly! Das ist doch Mickfly! Das ist doch Mickfly! Kapuze! Ja, aber ich war doch direkt vor dir, Anne! Ich vertraue euch nicht! Ich vertraue euch nicht! Crabz! Red! Wer schießt das? Ich muss nicht töten! Die Zeit läuft ab! Oh! Warum macht ihr denn nix, Leute? Ja! Guck ich! War es nicht early! Achso, es war Kapuze! Ich hätte gedacht, Crabz! Aber Anne und... Anne und Kapuze! Habe ich ja eh schon gesagt! Ja, du... Ich hab aber jede Runde bis jetzt! Nein! Du bist der Schmur, wenn der Tag durch den es gibt! Aber das ist scheiße! Das ist das Granz! Granz, ey! Dein Kack-M da im Namen! Du solltest dich wieder Granz nennen! Ja, ich muss dir enskalieren! Ja, nenn dich wieder Granz, ey! Das war voll komisch! Ich hatte nur einen Credit irgendwie! Mensch, early! Mensch, early! Du hast bestimmt, bis du weiterfalle ausgelöst, die die Credits kostet! Ja, aber man hat zwei eigentlich schon! Die Bombe kaufen, kann man sich noch was kaufen! Achso, hast du vielleicht hier auf der Dingens ne Falle aktiviert? Die kosten auch alle Credits, ja! Dieses, äh, Explodier-Dingens, da kostet dann einen Credit, ne? Ja, kostet Credit! Ja, okay, dann lass das mal! Ja, das Problem war, weil Crabz hat mich halt ein bisschen in den Traitor-Room verfolgt, und da musste ich halt unten... wieder nach oben erstmal kommen, irgendwie! Waffa! Waffa! Und ich guck so die ganze Zeit auf die Zeit, und dann kam ich so an unten an, und dann seh ich da los im Fenster, Scheiße! Ich hab da grad... Ich hab da grad so nen Horror-Stream-Setup vorbereitet! Und ich guck so auf die Zeit und denk so, Kappung, sowieso schießt du dich nicht? Ich hab seine Kappung gemacht, als ich vorbeigelaufen bin! Alles klar, dadurch konfirmt, Leute! Nicht schießen! Ich werfe euch jetzt ne Granate nach ihm, so! Oh! Schieß ich auf dich! Oh! Ja, hier unten! Okay, danke, geht schon, geht schon! Danke, danke, danke! Danke, komm! Ich hab euch jetzt aber nicht gekauft, wenn du das glaubst! Nee! Okay! Ähm, wieso ist da schon Blut? Ähm, was waren das hier? Ja, weil hier jemand, das die, die Claymark verliert hat... Hier schieß schon einer die ganze Zeit! Moment, 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 Moment! Ich hab noch gehört, wir haben... Oh, hier hätte uns... Ich bin relativ sicher! Ah, Julia rauf weg! Nein, 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 das war nicht ich! Ich verfolge, ich verfolge, ich verfolge, ich verfolge! Julia hat den Kappel auch gefunden! Aber die Tür ging ja auch zu hier! Bitte nicht schubsen! Ey! Ups, Alter! Interessiert das jemand? Nee, nee, ich hab's überlebt! Das war Krabs! Sauber! Ich sag's jetzt einfach mal so, wenn nicht, dann tut's mir... Grant, hatte er was cooles? Hatte er was cooles? Boro, was hier passiert? Das weiß ich nicht, ich weiß nicht, was hier passiert ist, aber du bist es da! Ich bin's, oder was? Das ist ein Schreck! Nein, nicht jetzt gehandelt, ey! Ich denk so... Da wär's jetzt so... Hatten DT Heilung? Ach Gott! Ich hätt' aber noch mal laut geschrien! Hatten DT Heilung? Hey Leute, heilt mal jemand Julia hier, oder was? Heilt mich auch einer! Jede... Habt ihr Krabs unten im Keller erledigt, oder? Ja, ich hab' ihn aber weggetan, McFly, ich hab' ihn ins Wasser geworgen! Ja, okay! Ich wollt grad sagen, McFly ist es auch, aber... Nein, wer jetzt den Nächsten hat... Punch and Beam, weg da! Ich glaub' das war ander! Wow! Nicht einen Regenbogen gehen! Dadurch war's nicht! Das geht gerade nicht! Das ist korrekt! Aber dadurch ist trotzdem der dritte Trader! Das ist korrekt! Ja, passt, passt, danke, danke, danke! Wollte ich grad' rausgehen und dann passiert sowas hier! Oh, das ist doch schön! Lass uns alle reinlaufen! Da liegt der! Da liegt einer! Ja! Der Dingens gehört mir! Geh doch den Kopf ein! Da! Ich bin der neue Detective! Hey, wer hat den? Goro? Kaputt! Oh, wer schießt auf mich? Das war Dadosch! Und ich hab Dadosch schon jetzt die Zeit im Fett dacht! Auf mich und die steht aufs Fenster! Ich stand dahinter! Ich bin schuldig mit dir! Bengel! Ja, ja, ja! Wer sagt ihr schon wieder? Ist das schon wieder Grant? Hab' ich immer noch keinen Namen? Nee, du sagst nur, dass der Traitor... Doch, du hast... Myth-Botzer! Immer noch so ne Scheiß-Botzer! Achso, weil Early mein Name nicht sieht... Kannst du dich nächste Runde bitte wieder quallen, dass du keinen M auf... in der Schrift ahnst? Ich hab meine Mutti weggeworfen, shit! Oh, ich wollt grad sagen... Wie heißt der denn? Der hat doch ein normales M... Warum hast du... Dadosch? Nee, der hat dieses... Was magst du da? Pleasure to meet you here? Parkour? Nee, ich hab das normal... Ja... Oh, spiel doch mit! Achso, ja, ich dachte... Achso, ja, ich dachte... Ich glaub, Early ist es auf jeden Fall... Genau... Haben wir doch nen Detektiv? Wir sagen wir mal... Der ist jeden Fall, dass er aufs Zalo ist, ob das... Keine Ahnung... Keine Ahnung... Weil es keine Credits gibt... Gibt mir Credits, dann belebe ich jemanden wieder! Hast du Krabs schon untersucht? Hm... Da hängen... Ist Julia safe? Stimmt! Äh... Ach, ich bin ja gar kein DC... Ja, ja, ich bin safe! Ich hab äh, Krabs verfolgt... Ja, Julia ist auf jeden Fall safe! Jemand getötet hat und hab ihn dann erschossen! Okay... Liegt übrigens theoretisch noch immer im... Keller theoretisch... Anne, 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 Anne! Nein, ich hab ihn entsorgt, Julia! Anne, 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 Anne! Lebt dadurch noch? Nein! Wenn Dardus tot ist, ist es Anne! Vorsicht, Julia! Geh hier geradeaus weiter, da war Dardus eben! Da ist Early! Äh... Ich war... Ich glaube Early ist es auch, Leute! Warte, erst mal... Ich glaube, ich hab eine Reiche gefunden! 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 Wieso jetzt ist es in Erde?! Ne, guck mal... Ich war doch gar nicht hier! Ich war mit Brennan und Julian weiter! Nein, 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 nein! Hat denn keiner den DNA-Skenner aufgehoben?! Julia ist in den Traitor-Gang gegangen! Das ist kein Traitor-Gang, du Nase! Hä, ist das nicht ein Traitor-Gang?! Nein! Das ist kein Traitor-Gang! So hab ich vorhin auch Crapser gebrochen! Julia ist es definitiv nicht! Hä, wir wollten... Warum... Hab ihn! Hab ihn nicht Early ist es... Das saublöde Gefühl, dass er jetzt der Letzte ist! Das ist ja scheiße! Ich find den noch niemals! Na, das wär ein bisschen blöd, ne? Ach, Ueli! Wo bist du denn? Woanders! Das, ähm... Vermute ich auch! Ja! Ja, ja! Zurück von den Toaden, ey! Was ist los? Ich weiß, wo du bist, Julia! Ich hab dich die ganze Zeit zugeguckt! Das ist ja schön! Ah, ich hab... Moment, Moment, Moment! Hab dich zugeguckt! Ich hab drei Credits! Warte, komm! Kaufen wir das! Das machen wir auch noch! Moment! Da steh ich hin! Da... Oh! Sie ist hinter mir! Sie ist hinter mir! Sie ist hinter mir! Sie ist hinter mir! Ja, mach dir nichts! Ja, mach dir nichts! Oh! 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 Oh, Mann! Ich hab grad ne Bananenbombe gekauft für dich! Anne hat viele Kills gemacht! Ich hab dich gerecht! Oh! Das tut mir das denkst! Ey! Annes Leichenpasste da in diesem Ding! Aber ich wusste nicht! Die wird da so halb rausgeguckt! Nein! Das Ding! Early, Early hat Icely getötet oben aus dem Fenster, aber ich war mir nicht hundertprozentig! Nee, nee, nee! Ich hab Icely nicht getötet! Das war da! Ich hab die alle erschossen! Jetzt kommt die Last Round! Jetzt kommt die Last Round! Ja, gut! Ja, ich hab nicht gesehen! Anne hat den Friendship geschossen! Und ich so, nein! Doch, doch! Du warst doch! Doch, du warst doch! Ich hab das doch genau gesehen! Ich hab das doch genau gesehen! Oh Mann! Aber ich hab wirklich geworfen! Bist du fertig bist! Ja, danke! Der Red Ringer ist kaputt! Kann einer? Kann einer einen neuen Red Ringer machen, bitte? Detective! Crab, wo bist du denn? Ich muss einen Red Ringer bitte für dich! Was musst du denn testen? Wir brauchen einen neuen Red Ringer! Wir brauchen mal wieder einen Red Ringer! Das war letzte Runde! Nein! Das ist egal! Er hängt schon wieder hier! Ja, wir treffen uns im Oval aufwürstig! Dadosch! 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 Dadosch ist es! Ging ja schnell! Ey, ey, ey! Er lacht ja nur schmutzig! Können wir Dadosch her schießen? Dadosch ist es wirklich? Ja! Sind wir uns hier? Ist Dadosch safe? Dadosch ist es wirklich! Er schießt auf mich! Er ist bei einem Raum drinnen, Leute! Könnte Dadosch sein! Es könnte... Ich glaub Dadosch... Warte mal... Hä? Ich bin fast tot! Dadosch ist Krater! Alter! 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 Ich bin gerade angeschossen! Gott, ey! Seine Waffen alle nicht so gut heute! Du hast halt nur die richtige Waffe! Du bist tot! Ich hab Dadosch gekillt! Sehr gut! Ja, einer holt die Punkte! Ich mich kein klemmen, Alter! Er hat bestimmt keine mehr! Krabs! Ja, Krabs ist es! Kein Vandalismus! Krabs ist es! Krabsen! Annen blockiert immer an dem Weg! Die bleibt einfach mittendrin stehen! Oh, hier ist was los! Hier, hier, hier ist was! Anne! Anne, bist du noch bei mir? Anne, fall ab! Der Krabsen gefunden ist... Nein! Sorry! Verdammt, Alter! Ich war auf die ganze Zeit! Fuck Early! Reaktion! Nein! Was ist das? Fuck Early! Okay... Halt euch mal die ganze Zeit im Shop, ey! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!